Hier geht's mit Elie Gella Elie Gella Elie Gella, du bist der Beste, Mann Ich liebe dich Herzlichen Glückwunsch, Elie Gella Ich bin ein großer Fan und ich sehe dein Video auf YouTube Ich bin ein bisschen verletzter 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 Bei mir geht nicht viel Jonas Bei dir? Trimix ist mir gefolgt auf Twitch Halt mich mit auf den Laufenden, wer denn noch so gut ist? Wer noch? Egal, jetzt ist mir gefolgt Alex, danke für deinen Follower, mein Engel Ey Leute, danke für die ganzen Follower Dustin hier auch mit einem Sub Barcelona mit einem Sub Daniel auch mit einem Sub Sorry, dass ich wieder unterbreche Ne Paul mit einer Zwanzigerbombe Maul Merle-Sophie mit einem Follower Nein, du hättest dein Maul Das ist bestimmt Ja, Insta, Digga Was mit Galataserei gemacht wurde mit Barcelona Ja, aber weißt du was Gella mit Mannheim anstellen würde, Digga? Weißt du was Gella mit deinem Bein machen würde, Digga? Weißt du was Gella mit deinem Bein machen würde, Digga? Weißt du was Gella mit deinem Bein machen würde, Digga? Ich ruhe mir eine Dame, da ziehe ich ein Gala-Trikot rüber Und dann wird gereitet Das ist ja dumm Ah, Bucha, sorry, ganz kurz Paul, danke nochmal für deinen Follower Nein, mich hat Trimax bei Fortnite gerne Knossi kann nicht? Ich ruf mal Knossi an Uns fehlen zwei oder drei Leute Hallo, hier ist Jens, du hast mich gerade leider nicht erreicht Bitte hinterlasse mir deine Telefonnummer und deinen Namen Ich rufe schnellstens zurück Hallo Jens, hier spricht Elias Wollte nur sagen, du hab dich nicht erreicht Wäre nice, wenn du mich zurückrufen könntest, ne? Dein Edi hält die Ohren steif Giftsabwetten wieder unten einfach Alle sind dabei, ne? Alle sind hier dabei Alle Ja, alle sind hier dabei Alle, außer ihr Kenner und Kalle Wer ist von dir? Ich bin weg Edi holt den aggressiven Zeigefinger raus Ich bin Real Talk Der Beste In Crewmate Imposter Top 5 Ein guter Crewmate hier Guckst dir an, ich füll was auf Bucha ist bei mir in der Nähe Guckt's euch an Guckt's euch jetzt an Geh ich hier rein, Eldos, ne? Wie sieht's aus? Willi, Eldos, komm mir raus entgegen Erste Runde habe ich immer meine Euglein auf Aber ich registriere noch nicht so viel Erste Runde mache ich meine Task Damit ich dann die Runden danach Mich vollkommen auf meinen Bleistift konzentrieren kann Was macht denn Willi da? Willi ist es Was hat denn der die ganze Zeit da probiert, Digga? Was hat der denn dann die ganze Zeit gemacht? Das sind richtige Kack-Imposter Richtige Müll-Imposter Ich bin fast fertig mit meinen Task Hier, guck ich mir an, zack Mach mal dein Ding Wir haben safe gewonnen Außer die haben hier 14 Kills gemacht Und wir haben nichts gesehen Ist das die Kacke? Ich bin fertig mit meinem Task gleich Der ägyptische Detektiv Conan Du sagst es Ich fühl mich unwohl ohne Sonnenbrille Ohne Sonnenbrille Kann man keinen Among Ass spielen Schwanz Schwanz Die machen Doppelkill Schwänze Riesengroße Schwänze Aber ich bin einfach fast fertig mit meinen Task Ach du Kacke Ich denke gar nicht Scheiße sind die Imposter Eli ist tot Wo lag die Löschung? Oben bei Capitura Oben rechts Doppelkill Wo hat er gefunden? Warte mal, warte mal Beide, beide Ich kenne da schon das 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 Ich kenne da auch Okay, ey, ganz kurz Kalle Seit ich mit dir spiele Hast du noch nie Sittler gefragt? Ähm, wo hat die Leiche? Ich bin recht lang gegangen am Anfang Und hab dann meine Musik eingestellt und so Und dann bin ich nach einiger Zeit erst weiter gelaufen Und da kamen Ikenna und Kalle Von oben runter Ja Beide zusammen Hand in Hand Und die haben sich gerade auch gesaved Ich hab einfach nur ich Ein guter Call Ich hab mich selbst Nein, 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 nein Willi hat hier eine Frage gestellt Da hab ich gesagt, dass es ein guter Call ist Oh Gott Willi und die Kalle sind 100% safe Ich will ganz kurz was sagen Ich bin mir nicht sicher Sag ich von Anfang an Aber ich glaube Reasons und Shields gerade aus dem Band gesprungen Nein, ich bin da gerade von weggekommen Also von dieser Task unten Und dann bin ich über den Band gelaufen Aber du kamst genau in dem Moment Ich kenne, hat der Band sich bewegt? Hat der Band sich bewegt? Nee, nee, hab ich nicht gesehen Aber... Also ich weiß nicht Digga, Kalle, du bist mir zu aktiv Du bist mir zu aktiv Ich bin Leiche, Bro Ich bin Leiche, Bro Kalle, ich kenn dich nicht Du warst noch nie so aktiv Mann, Digga, dann werde ich als erstes gekillt, Digga Wie uncool ist denn das? Digga, ich hab noch nichts von Omid gehört Aber als Toto-Idiot Einzel-Chat mehr am Start ist Oh nein Manu, danke für 8 Monate Wie kannst du denn... Kannst du doch gar nicht so... So kannst du doch gar keine Spiele gewinnen Hast du pieces von den T-Shirts? Natürlich Knall einen geilen TikTok mit diesem Song raus Bitte Oh nein Oh nein, bitte nicht Mein Beste, wenn du das hörst Ey, aber so langsam müsst ihr mal Leute rauswählen Ich war die ganze Runde mit Zitten, ey Ich stand die ganze Runde mit ihm im Scams Wir können Spider nicht sein, Eldos ist es Oh mein Gott Jetzt geht das los Jetzt geht das los Jetzt geht das los Jetzt geht das los Ich war mit Kalle Ich hab euch gesehen, wir waren zu dritt im Storage Aber dann bin ich hochgerannt Wo seid ihr hingerannt, Kalle? Äh... Wieder nach... Wieder nach Electrical Und dann lag der da Weißt du, was mir da reinfällt? Digga, Cora ist viel zu ruhig für diese Crew Äh... Ja, ja, ja Bleib dran da, Kalle Ich hab dieses... Ich hab dieses Flugzeug da in die Mitte so geprägt Ja ey, das war rechts Ey, das war rechts Und ich kam bei Storage zu euch zu zweit Zu dir und Willi Digga, okay, dann ist das Pro rein Wegen MadBabe-Ding Es wird das Ding Ich und Eli Eli hat gesehen, wie ich will die MadBabe-Ding Es ist zu wundern Stopp! Eli hat gesehen, Leute Ich hab's gesehen Es können gar nicht so viele MadBabe-Scans haben Willi und Kalle und Ikenna Es sind schon drei Ja Ich hab irgendwie das Gefühl, es sind Kalle und Willi Ja, nein Kalle und Willi Stopp! Ikenna hat mich doch gesaved Und Ikenna ist gerade tot Ich würd doch... Ich würd doch dann nicht Ikenna killen Ja, aber Ikenna... Ich kann das nicht mehr Ich kann das nicht mehr Ich kann das nicht mehr Ja Nein, wenn ich nicht crewmate bin, Chat Digga, seid ihr dumm Oh mein Gott Es ist entweder Crewmate oder Eldros Oh mein Gott Hörst du, Kalle Jetzt die ganze Zeit auf Vicky Wir müssen weh Stopp! Ich sag, ich sag, es ist Kalle Es ist Kalle Ich nehm Kalle 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 Wieso Kalle? Kalle Hä? Es ist Kalle Es ist Kalle Ich hör ihn grad so am ausrasten Ja, ja, ja Digga, es sind echt Opferkinder Es sind echt Opferkinder Weißt du, die machen immer Späße Die machen immer Späße Aber die sind so scheiße Wirklich Die machen immer Späße Und dann verarschen die mich Ich schwöre, sie sind scheiße Ja Digga, wenn er da die ganze Zeit auch so diese Musik macht und so Dann sind die einfach dumm Nein Was soll ich dir erzählen? Das sind einfach dumme Knechte Ich kann das nicht verstehen Digga Und die machen immer Jokes über mich Ich schwöre, ich bin der Beste Ihr seid scheiße Ihr seid krass scheiße Digga Willi, du hältst die Fretze Willi, du hältst die Fretze Ihr seid verkackte Drecks Toomates Ihr kommt gar nicht Ihr labert immer nur irgendwelche Scheiße, ihr Apferkinder Wie kann man denn so kacke sein? Aber Willi, wieso gehst du auf Kalle, wenn du neben ihn warst? Für die Runde konnte ich ihn safe haben Digga, ganz kurz mal Ihr labert mich immer voll? Ich hab euch gerade gecallt Und mir war klar, dass irgendwer zu rumlügen Das Ding ist, ich gebe zu Ich hab sehr viel in meiner Vergangenheit am Morgas geschaut Digga ey, du hast von 20 Runden machst du einen Ja wirklich Du holst jetzt einen von der Palme Nein, nein, das ist schön Digga, nein Ich mein das krass ernst Ihr verarscht mich immer Ich bin safe der beste Crewmate Sowas würde nicht passieren, wenn ich da bin Digga Ihr seid nü Du musst warten Willi und ganz kurz nochmal an dich Du kannst gar kein guter Crewmate sein Digga Der Typ hört Musik und tanzt und liest Subs vor und so ne Scheiße Und schreit irgendwann reines Grenzer drum Illigärer Willi Sidney, seid ihr hier gerade im TikTok-Call Könntst du bitte ein TikTok machen? Von dem Ding und dann tanzst er da rum Natürlich kannst du da nicht gewinnen Und wegen dir hab ich schon wieder 50 Euro verloren Scheiß Knecht, such die nächste Lobby, jetzt entwickle sich da Okay Renn Es ist so krass ne Und jedes Mal labern die mich voll Und jetzt haben sie mich Wie soll ich mich jetzt provozieren? Aber ich lass mich auf diese Spielchen gar nicht mehr ein Und jetzt achtet drauf Sidney und Willi werden mich jetzt versuchen zu provozieren Es wird aber nicht passieren Und deswegen bleib ich jetzt ruhig Ich schalte den Gang zurück Und gut ist Ich bin der beste Crewmate Das haben wir jetzt gerade alle gesehen Wenn ich als Erster sterbe Seht ihr was da los ist Wir hatten so viele Tasks Dass die es nicht mehr bekommen haben Dass die die Tasks machen konnten Respektlos Und heute Jetzt muss ich aufpassen Weil ich Ich darf nicht brechen Stiefel runter spielen Gutes Leiche links von Communication Warte ich hab ne Fonds jetzt zwischen Storage und Communication So warte mal ich muss mal wieder Rezepter hier in die Hand nehmen Oh ja bitte Communication links Ähm Communication ist rechts Es gibt Nein Communication Die Leiche liegt links Links von Communication Wurde hier gerade gesagt Ja und jetzt? Ne das ist alles mein Puzzle Du hast es vorhin verbockt Omet und ich sind safe Ich mach jetzt weniger Tasks Und guck mir alles mal an Sidney läuft hier entgegen Omet kommt hier gerade raus gelaufen Sidney Omet unten Kalle ist gewendet Wenn jetzt hier die Leiche liegt Ok 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 Wo kann man noch Wo kann man noch Der liegt nicht Schleichen 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 Hier wurde gerade ein Kill gemacht Ok Auf der rechten Seite wurde ein Kill gemacht Ich kanns riechen Elders Oh Oh das heftig war Rechte Seite Weapons Kalle ist gerade von da runter gelaufen Ich war ganze Runde denn in Camps Wie alt ist die Leiche? Ich hab ne ich weiß Ich glaube es ist älter Ich weiß es nicht Ikann aber habe mich auch zweimal in den Camps gesehen Ich glaube nicht dass er den Kill gemacht hat So Elders war Cafeteria Du hast es gesehen woher kam er Also ich bin MadBair runter gelaufen und er ist einmal weiter geradeaus gelaufen Das heißt Von der Zeit würde es passen, dass wir den killen. Ich sag euch ehrlich, Kalle auf dem Schirm haben. Kalle, ich hab Kalle, Bucher, Weasen, Sydney. Auf jeden Fall, einer von denen hat diesen Kill, glaub ich, gemacht. Und Sydney hat halt Mad-Base-Gene und Bucher... Also Kalle, Weasen, bisschen, bisschen, bisschen. Okay, hab ich auf dem Schirm. Echt? Eldos, warum redest du nicht? Eldos will ich auch. Eldos auch? Aber da müsste er gewendet sein, Digga. Ja, vielleicht hat der den Kill einfach nicht. Ich mach keine Task, ich nehm jetzt das Zepter in die Hand. Ich weiß, dass Willi zukommt. Seht zu und lerne. Und an die ganzen Follower von Willi auch mal hier ein Follow da lassen. Dann seht ihr jetzt mal, wie man dieses Spiel spielt. Das war nämlich richtig gute Runde für mich. Wiesen, Kalle, Sydney, Eldos nicht. Omed redet viel zu viel, Omed kann es, ist es nicht. Omed ist es nicht. Es waren zwei gute Kills. Eldos, Wiesen, Sydney, Eldos, Wiesen, Sydney. Eldos, Wiesen, Sydney, Kalle... Oh nein. Und Kalle war richtig. Wenn Riesen der Zweite ist... Digga, Eli tot, scheiße. Oh mein Gott, er war eingesperrt. Ey, ja, er war eingesperrt. Wer war in Camps? Riesen war es nicht. Ich war in Camps. Ich war in Camps. Ich war grad eben. Es war grad eben. Also, Eli ist grad... Habt ihr gesehen, wer da reingegangen ist? Nee, also, der war schon da vorne drin. Ich weiß, der wurde vorher. Ich bin mit ihm gelaufen, er läuft links rein, er wird eingesperrt. Nein, Digga, jetzt ist Eli tot, Digga. Wie sollen wir gewinnen? Riesen ist es auch nicht, also den Kill zumindest. Du bist so bad in Among Us. Du nennst dich Fokus Joel. Um irgendwann zu Fokus zu kommen, du scheiß... Und du kriegst jetzt eine Sperre. Ich kenne Kalle und Bucher für den Kill, hab ich auf dem Schirm. Der Rest kann es nicht gewesen sein. Einer von euch drei war es. Was macht Eldos eigentlich? Boah, ich hab keinen Plan, also ich überlebt. Wer ist denn der Zweite? Wer ist denn der Zweite? Ich bin an Riesen oben vorbeigerannt und er war Madway. Bucher, Kalle, ich hab euch... Guck mal, und das meine ich, Chad. Mein Auswahlverfahren hätte funktioniert. Irgendwann würde es weitergehen. Ich hatte Kalle und Bucher. Ich hatte Kalle, Bucher, Sydney, Weasen. Das checken die nicht. Ehrlich, kannst du Joel im Urlaub? Er hat gesagt, ich bin Scheißer. Und er ist ein Scheiß-Wickner. Kannst du Joel im Urlaub? Der hat mit diesem Kind wichst zu tun. Joel hat gesagt, ich bin Scheißer. Weißt du, wie reagiert das? Jemand hat dir gesagt, ey, ich find dich doof. Du hast einen Stein genommen und ihn an den Kopf geworfen. Er nennt sich Fokus Joel, ist ja hässlich. Mann, Digga, das fuckt mich so krass ab, ne? Du wirst sehen, die werden wieder gewinnen. Ich weiß, Sydney hat gar keinen auf dem Schirm geschossen. Digga, die sind richtig kackte Coolmates, so. Die machen immer Spaß, aber die sind wirklich schlecht. Meine ganze Hoffnung liegt in die Kenner und die werden jetzt die Kenner killen. Na, okay, kurz in der Runde und lass, Joel. Joel wird nie wieder im Band, der W***er. Aber, Chad, es wird heute die ganze Zeit zulaufen. Ich glaube, auch wenn Willi und Sydney rankommen, das wird gleich passieren, dann werden mich die instant direkt erste Runde gählen, die W***er. Ich bin so ein cooler Freund, ich hab eine coole Sache. Na, okay, 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 okay. I cannot own, ihr seht das Prinzip, ihr seht das Puzzle-Chat, das ist ein Puzzle. Warte, ich will auch mal was sagen, Bucher ist so leicht in der Runde. Bucher hat zweimal Code gemacht und den Reaktor. Ey, es sind acht Kids bisher passiert und die haben noch nicht einen rausgewählt in zwei Runden. Wählt doch mal jetzt einen raus, Digga, wieso sind die so anstrengend? Kalle rauswählen, ganz einfach. Das Ding ist, wartet mal, wartet mal. Und jetzt kommt Eldos, jetzt kommt Eldos. Haben wir einen Imposter? Haben wir einen Imposter bis jetzt? Guck mal, wie hässlich die Eldos ist. Nein, ich hab noch keinen. Die haben noch nicht mal jemand rausgewählt. Warte denn, Kalle. Luisa, es muss Kalle sein. Ja, eigentlich schon. Das, was Kalle da erzählt, wird er rausgewählt. Ich schwöre. Mein Gott. Nein, nein, ich hab nur überlegt. Ich hab auch gar nicht, dass Bucher sein kann. Das kann jeder sein oder nicht? Entweder werden wir jetzt verloren. Wir bleiben noch ein bisschen unter. Also, wir sind noch so drei Stunden live ungefähr. Ja? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Komm jetzt, komm jetzt. Oh, mit Riesen. Es ist Bucher, ja. Ja, okay, aber wir haben eh gewonnen. Wir haben eh gewonnen. So, weil sie könnten jetzt beide rauswählen. Warte mal, Buche. Nein, 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 nein. Warte mal, warte mal. Nein, leise, leise, leise. Okay, okay. Nein, 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 das stimmt nicht. Ey, das liegt. Weil Buche hat den Code angegeben. Nein, nein, nein. Buche hat den einen leise. Ja, okay, okay. Ich war gerade am Code eingeben, Digga. Omed, wo warst du? Was hat denn Omed damit zu tun? Nein, ich kann das alles nicht mehr. Die haben eh gewonnen. Ich hab mich einfach verdrückt. Der Korb war 3, 8, 3, 1. Jawoll, Jungs, jawoll, jawoll, jawoll. Junge, das kann sein, dass du in Velo krass bist. Aber was machst du denn? Ne, Kalle, was hast du denn gemacht? Ja, ja, ja. Wisst ihr, was ich finde? Ihr macht da immer voll den Filmen draus. Weil, wenn Buche oder Eidos sich anscheißen, dann kann es ja nur einer von beiden sein. Und ihr wisst doch, dass ihr gewonnen habt. Also, da kann es doch gar kein... Warum ist da so eine Hektik drin? Okay. Ja, das ist stark. Mein Gott, nein! Was hat die gerade gesagt? Das ist nicht passiert. Was hat die gerade gesagt? Was sagst du gerade zu dem ganzen Stress? Hat er das vorgelesen? Ja, ich kenne mich. Mann, wäre ich leise geblieben. Erstes und letztes. Nein, du bist jetzt anders. Super, super, super. Ich kenne mich. Ich kenne mich. Ich kenne mich. Das ist momentan hier heftig. Es ist gerade schon eine heftige Situation. Eidos und Eli waren bei mir, das sind alles schon weg, Halle. Nein. Eli? Habt ihr das Nein gesagt? Nein. Habt ihr das Nein gesagt? Nein. Habt ihr das Nein gesagt? Nein. Was gibt's denn hier zu bei Nein? Das ist entweder Sidney und Eli, weil dieses Nein ist es, glaubt ihr. Und Sidney hätte sich safe entstunden. Ja, ja. Und Sidney lacht gerade. Sidney sagt gerade Eli, der Dunkel von unsern. Ich war nicht dumm. Ich war nicht dumm. Ehh, ja. Echt jetzt? Ja. Es war Up Engine. Er hat ihn getweetet, wollte, glaub ich, gerade in Bench springen. Was sagt Eli? Was sagt Eli? Eli ist mute. Eli ist mute. Eli ist mute. Eli ist mute. Ich hab kaputt. Tschö, tschö. Lass dem kurz das Lachen wegbekommen. Tschö, tschö. Kann man so dumm sein, Digga? Es ist Eli. Ich trieb Pause. Ich trieb Pause. Der hat sich auch nicht einmal bewegt, die ganze Runde. Was macht denn der? Wer ist gerade nicht mal da, Digga? Das ist echt. Und wie Willi auch direkt gesagt, ne? Ja, ich wusste es direkt. Er hat reingesagt. Ich wusste es. Wir haben den ersten. Wir haben den ersten. Wer ist denn gewählt worden? Wir sind zum Entschluss gekommen, dass es Sidney ist. Hast du vielleicht irgendjemanden sehen oder Eli? Ey, ich geh mit Eli. Ich geh mit Eli. Ich geh mit Eli. Okay, okay, okay. Tschö, tschö. Ich würde mich anschließen, Jungs. Okay, dann lass mit Eli gehen. Okay, gut, gut. Hat Sidney gesagt, dass ich das war, oder wie? Du hast uns geleakt, Jungs. Oh, Jungs, ich hab vielleicht jemanden aus dem Bandschmel gesehen. Warum sagst du denn was, Digga? Warum sagst du denn, dass wir es waren, hä? Ah, okay. Wen hast du gesehen? Okay, sag du als erstes. Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, dass es Eli war. Aber es lohnt eine Vermutung. Also guck mal bei mir, warum sagst du, ich war an den Camps und Eli ist verdächtig gelaufen. Eli, ich möchte jetzt nicht einfach so, aber... Wer stimmt denn nicht da? Ja, werdet mein Schwanz. Warum, Digga? Ich wurde einmal nach 50 Stunden Impostler. Kann man dich denn nicht muten, Digga? Irgendwann kennst du die Mute-Taste. Warte mal. Okay, der geht auf mich. Aber hä? Warum? Warum haben die dich direkt gewählt? Du warst ja weg. Die haben darüber geredet. Ja, das ist Sidney und Eli. Nur, wenn ich gesagt habe, nein. Ja. Nein. Entweder Billy oder Sidney. Und danach erst erkennt Sidney direkt. Ich habe doch nein gesagt. Aber habt ihr gewusst, dass es Sidney ist? Oder war es obvious? Ja, ja. Ich habe, wo du nein gesagt hast, habe ich gesagt, es ist Sidney. Ja, aber ich habe nein gesagt, weil ich Impostler war und meine Tür geklingelt hat. So, okay. Aber die Kenner hat auch Sidney direkt gewählt. Ich dachte nein wegen mit Sidney. Ich auch. Weil du denkst, okay, Digga. Ich wurde nach 20 Runden einmal Impostler. Ich sage ehrlich, meinem, aber unglücklich. Sind wir wieder da. Ivan, cooler Name. Danke für deinen Sub. Digga, I mute dich. Oh. Cool, danke. Also Sidney, Freunde. Dass die Sidney da rausgewählt haben vorhin, war wirklich, also das war ja komplett random. Ich bin in drei Runden wieder tot. Ich laufe jetzt mit der Masse. Ich mache keine Tats. Wo? Ich könnte einen Call haben. Wo ist sie? Sag einfach nur, wo sie ist. Äh, als wenn du von rechts in den Story-Storn läufst, von äh, was ist das? Shields. Reason, von wo kamst du? Cafeteria. Also ich bin... Wo warst du davor? Ja, ich war oben rechts, hab diese, hab ne Tats da gemacht und dann bin ich die Kenner entgegengelaufen. Nee, nee, nee. Hör mal zu, hör mal zu. Wo warst du vor Cafeteria? Nee, das war... Verrückter Call von mir. Ich sag nicht, dass es so ist, ne. Ich sag nur die Optionen, damit nachher nicht irgendwelche Vollidioten, wie hier welche sind, schon wieder irgendwie drauf kommen. Kann sein, dass Reason es nicht ist, aber es kann sein, dass er es ist. Er könnte den Kill gemacht haben. Shields. Hochgelaufen. Cafeteria und mir entgegen. Das kann sein. Nur, ich wollte es nur gesagt haben. Also, kann sein, aber kann es nicht sein. Leute, Reason kann sein, aber muss nicht. Ach, ich stumme dich jetzt, du kleiner W***er. Nein! Komm, zerstörst du mich nicht. Ich mach's, er reg mich die ganze Zeit auf, digga. Er ist so ein hässlicher Opfer, digga. Ich könnte den letzten Spruch drücken, aber ich lasse es. Ich sage, dass er es sein kann. Nice mute idea. Achso. Ich sage, dann geht's an die anderen. Ich sage, dass er es sein kann. Er sagt, er kann es sein, er kann es auch nicht sein. Du kleiner W***er Junge. Du bist ein kleiner Schwanzkopf. Ist ja hässlich. Eli, weißt du, dass du nicht mute bist? Was? Ja, ich weiß. Ich wollte es nur mal gesagt haben an die anderen Chats. Hier, ich lauf die ganze Zeit mit dir. Die ganze Zeit lauf ich mit dir. Die ganze Zeit lauf ich mit dir. Die ganze Zeit lauf ich mit dir. Ist ja hässlich. Heute ist ein Tag eventuell. Ich muss die Mute, Chat. Hörer, ich serf, Chat. Mit der Scanner. Es musste sein, Chat. Es kann sein, dass hier sonst eine Freundschaft verdingst hat. Deswegen lauf ich jetzt noch die ganze Zeit mit ihm. Ich werde ihn heute auch nicht mehr stummen. Entstummen. Das war's. Wie er mich aufregt. Guck mal, wie hässlich er aussieht. Bitte, 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 Leute. Bitte, Leute. Bitte, Leute. Bitte wählt ihn raus. Ich wusste, es ist dein Mate, Dingsda. Ich war noch nicht einmal über zwei Runden und deswegen kacken die auch so. Das ist krass. Guck mal, die Leiche wurde immer noch nicht gefunden. Gellas linkes Ei, dank für dein Prime. Wo? Alle vorbeigelaufen. Ich muss mich grad gar erinnern, warte. Wo ist denn die Leiche, Riesel? Die Leiche ist unten in Lower Engine, ganz unten links. Mach mal, wer bei uns aus Elevate rausgeschmissen wird. Und aus Vita wird. Dreimal darfst du raten. Genau, es ist ein scheiß W***er. Und du wirst deine Katze ficken. Ist nicht mal gelogen, du machst es wirklich. Fokus ist auch raus, ja, überall. Digga, Sydney? Ja, endlich. Wo bist du am Ende hochgelaufen? Endlich. Wo bist du am Ende hochgelaufen? Ich bin runtergelaufen. Keine Ahnung, entweder bin ich wild. Entweder bin ich wild. Rufa ist nach links gelaufen. Skipp mal auf safe. Skipp, 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 skipp. Jetzt, Willi, zeig mir bitte was. Die werden jetzt Willi oder Ikenner killen. Guck jetzt. Hallo? Digga, hast du angerufen? Ich habe angerufen, Jens. Ich habe dir auch auf deine Mailbox gesprochen, aber du hast nicht abgehört. Entschuldigung, mein Lieber, ich war im Stream, Freunde. Ich bin auch im Stream, du bist im Dingster, du bist im Lautsprecher. Wir wollten den Monarch spielen, beziehungsweise wir spielen im Monarch. Ich wollte dich fragen, ob du mitmachen willst. Du bist aber nicht rangegangen. Tut mir leid, mein Lieber. Das ist okay. Ich habe auch schon früh ausgemacht. Ich glaube, ich habe Nährenversagen geile. Mir tut alles weh. Bleib ruhig, leg dich hin, trink einen Schluck Wasser, gut ist. Ja, ich hoffe. Michael, bannen. Ne, okay, timeouten. Timeouten. Warum timeouten? Weil er ein Opfer ist. Er meinte, es soll meiner Task machen. Ja, mach jetzt. Ciao. Ciao. Ich habe eine ganz dumme Vermutung und die ist zwar Sydney. Ja, mach es doch einfach mal. Das ist Sydney. Eldos? Eldos? Es ist Eldos und Sydney. Oh nein. Es ist Eldos und Sydney. Oh nein. Ich habe heute wirklich Teilnehmerurkunde, ne? Ich bleibe auch für mich. So clean, so clean, so clean. Achso, ne, Sydney ist ja gemutet. Nice Boys. Digga, Sydney, ich hatte dich die ganze Zeit auf dem Schirm, ne? Warum wählt ihr denn nie Leute raus? Ihr wartet, Digga, so gewinnt man doch kein Spiel. Bei Sie, lieber bei Sie. Ja, aber es ist, die Dinger, ihr wählt nie Leute raus. Gar nicht, wenn ihr jemanden auf dem Schirm habt. Das ist richtig schlimm, Digga. Also der Chat ist ja auch oft hinter, so gegen mich, ne? Aber hier heute, an die Crewmates, Müll. Ehrlich, mach der Ding. Mach der Ding. Nein, nein, nein. Wenn du mir jetzt irgendwas von dieser hässlichen W***-Person sagst, dann werde ich dich auch bangen. Und time outen. Nicht? Ja, ich will mit dieser Person nichts mehr zu tun haben. Aber warum? Was hab ich denn davon? Nein, du gibst mir keine Nachrichten von dieser Person weiter. Ich möchte nichts von Ihnen hören, Digga, sonst droppe ich hier Sachen und danach kann der Knecht sich erst. Wirklich, soll ich jetzt die Fresse halten da drüben, bevor ich ausraste? Und ich sag's öffentlich, jetzt sogar, wenn ich Imposter bin, werde ich ihn sofort killen und ich mute mich nicht mal. An meinen zweiten Imposter, es ist mir egal. Und wenn es Sydney ist, dann sage ich, dass er es ist. Ich bin Crewmate. Ich bin Crewmate. Ich schwöre, ich hätte gesagt, dass ich Imposter wäre und ich hätte Sydney gekillt. Bitte, ich will heute einfach und ich werde auch die ganze Zeit einfach Sydney wählen. Ich werde ihn die ganze Zeit Sydney wählen. Wie der mich aufregt immer in der Manga mit seiner Klugscheißigkeit. Ja, Illy tot. Wenn ich jetzt, nee, warte mal ganz kurz, ich mach keine Task. Ich mach gar keine, ich lauf jetzt nur mit der Masse rum. Bin rausgegangen, bin rausgegangen, weiterspielen. Lol. Ja, nice. Ähm. Ah, Illy tot. Ja, dann easy. Können wir auch direkt den Imposter rauswählen. Oder? Ich fahr mal so. Ich kenn aber, wo warst du? Ich war jetzt am Ende in Navigation. Nee, ich war konflikt, weil du sagst, Imposter rauswählen. Deswegen. Oder dann musst du nicht so perplex sein, alles gut. Ich schick dich perplex ins Weltall. Warum, warum, warum? Ich mach bei Communication, ich mach da den Download, ne? Da ist der Dreck an der Tür. Ich geh raus, er rennt an mir vorbei und in Storage liegt die Leiche. Aber wo war Willi denn? Wo genau? Unten, Storage. Äh, beim Müll. Ich bin immer von oben gekommen, hä? Ja, aber dann sieht man die trotzdem. Ja, ja. Ich hab ihn auch alles nicht gesehen, da war auch kein Report-Button. Also ich sage, Koray, ich vertraue dir nicht mehr, muss ich sagen. Deswegen muss ich erstmal entspannen, du hast es noch nicht verdient, weil du vorhin einfach kacke geredet hast. Aber dein Beitrag hat etwas gebracht. Eli, votest du grad mich? Ich hab Sydney gewählt. Oh Mann, wähl mal Ikenner raus, Jungs, bitte. Nein, warte noch, warte noch, warte noch. Falls es Ikenner ist, dann das ist zu früh. Kann ich auch mal auf dem Schirm. Ja, genau. Einfach auf dem Schirm haben. Nein, nein, nein. Ist so, he? Noch nicht. Zu früh. Das ist noch ein Tick zu früh. Ich bin auch für rausgehen, aber das ist noch zu früh. Oh, Reiter, dass du das gemacht hast. Boah. Ich muss das Zepter hier in die Hand holen. Maneli, entmute den. Nein, ich entmute ihn nicht. Ich kann das nicht. Wenn ich in den Stimmen höre, rast ich aus. Komm mal, Omit. Omit. Ich werde die ganze Zeit als erstes gecater. Ich laufe jetzt mit der Masse. Ich würde so gerne imaginär sein. Seinen imaginären Avatar in die Fresse hauen. Nur den, der im Spiel im Mon Ass in die Fresse hauen. So gerne. So gerne. So gerne, ne? Ich weiß gar nicht warum. Boah, regt der mich heute auf. Ich mach keine Tasks mehr. Das bringt nichts. Ich hab rechts gesehen. Bucher, Kalle, Reason. Omit, Omit, Omit. Omit war rechts. Ich hör nichts von Elion. Ich kenn er. Du rückst mir so viel Pelle. Ich war auch rechts. Bucher hat mich rechts gesehen. Und nach jemand anderes. Koba? Bei Shields. Bei Shields. Ganz am Ende war ich in Electrical. Habe oben meine Aufgaben gemacht. Licht ist gerade ausgegangen. Ich wollte runterlaufen. Aber du kannst ja von Security töten und da in Electrical wenden. Ich weiß, dass man das kann. Habe ich aber nicht gemacht. Okay, warte ganz kurz. Ich bin mit Sidney die ganze Zeit links gelaufen, weil ich sein Avatar auf die Fresse hauen wollte. Es geht aber leider im Aumanns nicht. Dann bin ich runtergelaufen. Und dann ist er weiter nach links gelaufen. Ich bin nach unten gelaufen. Da war Reason in Storage. Mehr habe ich nicht gesehen. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Ich glaube nicht, dass es ein Safe Report war. Aber wenn jemand Sidney wählen möchte, meine Stimme hat er. Koray, lauf mal bitte mit mir. Bist du der Imposter? Nein, die Kenner ist es. Lauf mit mir. 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 Die Kenner ist die zweite Runde. Edi, laufst du mit mir erst mal. Ich mache erst einen Moment. Und danach, wenn ich fertig bin, gehe ich so links. Okay. Koray, die Kenner. Warte auf mich. Warte auf mich. Koray, die Kenner, Sidney. Koray, komm mit bitte. Wir müssen mit. Okay. Wenn ich jetzt sterbe, rass dich aus. Ich vertraue ihm nicht. Los, Koray. Koray, warte. Du musst auf mich warten. Ich bin mir sicher, dass es Koray nicht ist. Weil er würde niemals jemanden so krass anwählen. Wie Ikenner in der ersten Runde, wenn er es wäre. Ikenner schlecht. Ich habe es wirklich gesehen. Ich auch. Ich auch. Ich wollte kein Kill machen, aber es war schlecht. Wirklich auch schlecht. Ja. Das wäre auch zu viel, Digga. Digga, dass die mir bei der ersten Runde sagt, die wartet noch. Ich habe euch schon gesagt, es ist die Kenner. Es ist die Kenner. Ja, viel schlecht. Gut so. Der Junge, der ist seit drei Runden sass. Ja, deswegen. Koray, lauf mit mir. Ich habe meine Tasksfeld story. Oder brauchst du noch? Nein, nein, nein. Okay, ich komme. Die gewinnen nicht, wenn ich Crewmate bin. Wenn ich Crewmate bin, gewinnt hier niemand. Nicer Kill übrigens an den Imposter. Ey, das left the game. Ey, das ist gekillt. Irgendwo liegt eine Leiche. Koray, Riesen. Hier. Hä? Lol, Riesen. Hä, Riesen? Ja, Riesen. Ich glaube, Riesen hat verkackt, Ely. Ja, ich glaube auch. Ely, es ist sein Debüt, der Arme. Digga, das kommt jetzt so sass rüber, aber ihr seid dumm. Guck mal, wenn ich Imposter wäre, warum sollte ich euch entgegenlaufen in die Füße, wenn ich sehe, dass bei mir sehe, dass die Leis an sind. Ich habe euch ja nicht gesehen und ich habe den Report-Button nicht gesehen. Und jetzt sage ich dir meine Vision, Ely. Ich versetze mich kurz in seine Lage. Er killt ihn. Er macht schnell und hektisch Leids an. Deswegen ist er auch stehen geblieben. Ja. Und wollte dann wegrennen, aber dann hat er gesehen, fuck, da kommt jemand und wollte dann zurückrennen und reporten. Ja. Ich schwirr. Ganz kurz, Koray, ich will kurz was sagen. Ikenner ist safe. Wenn wir jetzt so spielen und random jemanden rauswählen, hat er wieder eine Chance. Quatsch. Wir fahren Gang runter, wir haben eh gewonnen. Mach mal Skip. Ich bin fertig für Tars. Ich noch nicht. Genau. Übrigens, wer Sydney entsperrt bei mir von den Mods, wird direkt auch gesperrt. Ich schreib der Mann Hässlichkeit hier rein. Ich schwör, es gibt keine Person, die mich mehr abfuckt in diesem Spiel. Mit Abstand, Sydney. Weil er immer so klug rumscheißt. Und egal was man sagt, wenn er auch immer so hinterfragt mit seiner verklugscheißerischen Art. Aber jeder... Okay. Okay. So, ich bin jetzt fertig mit meinen Tars. Okay, jetzt hört mir zu. Warte jetzt. Okay, warte. Nein, lass mich reden erst. Wir haben gewonnen, Koray. Wir haben gewonnen. Also, ich bin ja late reingelaufen. Ich bin late reingelaufen. Wo ist das? Reason, ich küsse doch deine süße, junge, hektische Stimme. Aber guck, die Tasks haben wir sind eh fertig. Ich weiß nicht, wer es ist. Es ist mir scheißegal. Eli, ich glaub du bist der Letzte, oder? Ich bin der Letzte, lauf einfach mit mir. Mach deine Tars und fertig ist. Bucher. Hast du Bucher gewählt? Ich hab dich nicht gewählt. Ja, wahrscheinlich. Ich bin mir zu 95% sicher, dass es Reason ist. Aber scheiß drauf. Wer wird ihn kennen? Oh Gott, das ist Bucher. Bitte, 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 schnell. Digga, das war so knapp. Eli, du musst mich verarschen. Digga, es war so knapp. Es war so knapp. Es war so knapp. Ich hab meine Tars, ich hab meine letzte Tars gemacht. Warum kennst du nicht Eli? Ja, warum hast du nicht mich gekillt, hä? Ey, ganz kurz, ne? Koray erstmal fettes GG. Aber ich möchte nur anmerken, angenommen, mein Name wird in der ersten Runde gecallt, dass ich bin. Du willst raus direkt, ne? Ich bin direkt raus. Direkt. Ikenna wird zu 100% ... Das ist aber bei mir auch so. Das ist bei mir auch so, Eli. Und Ikenna wird von Koray beschuldet. Das wird mal kurz angesprochen und dann sagen alle, ja gut, lass mal skippen, oder? Eli, sag mal ehrlich, wie sah das da Reason aus? Digga, also unglaublich, dass du das auch so gelacht hast, Digga. Hättest du eh gekillt? Ja, aber hättest du mich gekillt, Digga, dann wär das Ding zu Ende gewesen. Ich hätte 100% Reason gewesen. Ich werde Sydney jetzt vor allen umbringen. Und es ist mir scheißegal, was ihr sagt. Ich mach's vor allen Leuten. Hat Willi mich gesehen? Camps? Oh. Das ist ja das Schlechteste, was ich je gesehen habe. War er gerade Camps eigentlich? Eli? Kalle war Camps. Oder Ikenna? Ikenna? Ich war nicht Camps. Wer war Camps? Es tut so gut. Ehrlich. Also ehrlich jetzt. Es ist so ein schönes Gefühl. Und es ist einfach geil. Das wollte ich nur gesagt haben. Oh, war das schön, Leute. Wirklich. Ey, Freunde, ihr wisst nicht, wie glücklich ich gerade bin, ne? So schön, Chat. Er sitzt jetzt da in seiner hästigen Wohnung. Und weiß einfach... Guck mal hier. Sein kleiner Emote liegt noch hier. Oh, war das schön, Freunde. Junge, was ist das, Alter? Gott sei Dank. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Digga, war das knapp. Ich will mal in Kännerlost. Ich will mal in Kännerlost. Ich will mal in Kännerlost, Digga. Ich will mal in Kännerlost. Ich will mal in Kännerlost. Wirklich. Ich will mal in Kännerlost. Die neANen. Wie lange